Konnichiwa meine Otakus da sind wir wieder zu einem neuen Part von Far Cry Primal so schauen wir mal was wir jetzt hier machen können was habe ich denn überhaupt gemacht ich habe ähm habe ich jetzt Wolfspelle Pelle, was für eine Pelle, Pelze meine ich Moment, wer war denn das überhaupt der hier die Pelze haben wollte war das der Typ ich würde ja alle eine Heimat hier geben aber nein Wolfspelle, mir fehlen immer tut mir leid, dass du im Dunkeln dass du kein Zuhause hast tut mir leid kann ich jetzt leider nicht ändern Pisser so, was kann ich denn jetzt hier noch machen oh, was ist jetzt ach so, der Typ, da haben wir ja was mitgemacht sieht aus wie eine Eule ja, es ist okay ganz ruhig, mein Freund hab ja nichts gesagt ja, ist deine Pisse auch dran ja, ist ja schön okay der nennt uns immer noch Pissemann ist ja nicht seine Ernst, oder? schon krass, wie der nur mit einem Arm so klarkommt nicht schlecht finde ich jetzt Hühnbeeren, Fell, bla 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 haben wir alles nicht verdammt so, ich glaube ich nehme mal irgendeinen Auftrag an und sammle dabei irgendwie Pelze oder so ich kann ja von ihm hier irgendwas mal machen Hallo? Kann ich mit ihm reden? nein, kann ich nicht ja, tut mir leid kann ich jetzt nicht ändern, dass ich hier keine Pelze hab gehen wir zu ihr rein irgendeinen Auftrag hier noch erledigen hoho nicht schlecht nein oh, was ich soll jetzt diesen großen Elch fangen? oh, der ist doch so schwer, oder? ist ja nicht angriffslustig und der ist hier irgendwo ach, du Kacke komme ich hier im Wolfsgebiet vorbei? zufälligerweise ja okay 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 dann gehe ich mal oh, dreitaus nein nö nö dreitausend ihr habt sie doch nicht alle ich mache eine Schnellreise dann ist in der Nähe das Gebiet des Wolfes und dann können wir den noch jagen ich brauche noch drei Pelze so muss ich erstmal gucken, wo lang ich muss ich muss jetzt hier runter ach, hier ist er auch ach so und oh, scheiße Säbelzahntiger sehr schwer ach, du Kacke das kann ja was werden also auf dem Weg dorthin werden wir eine Wölfe treffen und einen Säbelzahntiger einen werden wir bestimmt nicht treffen mir wäre lieber, wenn wir gar keinen finden hallo? warum komme ich denn jetzt hier nicht vorbei komm schon oh, jetzt weiß ich warum ach du ach du Scheiße ach du Kacke nein, nein, nein nicht sterben nicht nicht sterben okay okay das war vielleicht nicht so schlau die Idee hier soll das ein Hirsch oder ist das dieser Elsch keine Ahnung oh hi ich brauche euch mal so ein bisschen hallo na toll jetzt sind die weg ich habe jetzt meine große Miezekatze wieder hier mit die sind zum Jagen ziemlich gut hier ich muss jetzt aufpassen dass ich nicht wieder runterfalle oh das war das war knapp wie komme ich denn jetzt hier runter verdammte Axt hier geht doch so sah aus wie ein Tiger aber gibt es hier Tiger überhaupt oh wow Raubtier gegen Raubtier Alter, was jetzt kommt meine auch noch den machen wir auch fertig bevor der mich hier angreift oh shit hier ist auch noch einer oh was zum Alter beschütz mich Alter, man jetzt hört doch mal auf so wo sind die Wölfe Wolfsfell einmal so und du hast für mich auch seltenes okay das ist ein anderes Wolfsfell hab ich dir gesagt du sollst essen oh eklig oh das ist ja ganz schön schnell hier oh das tut mir voll das tut mir so weh wenn ich das sehe was war das denn hab irgendwas geschleudert was ich gar nicht gedrückt hab haha das werde ich auch noch mal einsetzen müssen habe ich schon da vergessen dass ich das bekommen habe scheiße scheiße scheiß Mistviecher komm mal her ich will das mal ausprobieren aber die wollen nicht okay jetzt wird auch viel zu nerven man wo muss ich denn jetzt lang ich hab hier gar keine Wegmarkierung mehr so also wie man sieht sind hier sehr viele Raubtiere unterwegs leider also ich kann irgendwas herstellen Handwerk äh das hier Weißwolf Fell ja möchte ich haben ich muss generell Wölfe jagen Mann ich will den damit treffen Kopfschuss wo ist der andere Mann warum erledigst du denn alle hier ich hab dir nicht gesagt dass du das tun sollst du musst auf mich hören ich bin dein Gebieter so weiter geht's wo sind wir denn jetzt hier überhaupt Handwerk ich kann schon wieder irgendwas machen Mammuthaut oh scheiße ich brauch Mammuthaut auch also na gut ich muss das machen dann kann ich mehr tragen ist auch sehr wichtig im Moment wichtiger von daher ähm ähm sind die jetzt alle tot? wie krass ist das denn sterbe ich jetzt auch wenn ich dahin gehe? sehr cool man kann die echt mit den Bienen hier umbringen ey das wollte ich nicht anzünden stimmt ich wollte jetzt eigentlich gucken hier an die Karte rein wo wir sind wir sind noch nicht mal über diesem Fluss na toll lasst mich in Ruhe so erstmal ein paar hier hergestellt ein paar schwere weil der ist bald abgenutzt warte mal was für ein Außenposten das hier? ist das ein Außenposten jetzt wirklich? oh shit ja nein 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 du siehst mich doch nicht toll jetzt bläst du ans Horn heißt das Gegner in der Nähe werden gerufen tja und jetzt soll ich jetzt Angst kriegen oder was? mal gucken was ich hier so machen kann töten wir mal ein he he greif mir mal an ich laufe hier außenrum mal lang Killer Credo was auch immer das wieder ist scheiße mein Tier ist tot komm ich hier raus Mieze ich helfe dir halte durch ja ist zu viel gewesen zu viele Gegner so unser Gebiet jetzt so perfekt perfekt dann können wir ja auch immer eine Schnellreise machen das ist auch gut ouch so ich muss jetzt hier rüber ich hoffe ich hoffe ich bekomme jetzt hier keine Gesellschaft oh was ist das denn fehlt mir nicht irgendeiner noch oh ich werde gerade angegriffen ähm er kommt doch bestimmt noch mal hierher oder hallo natürlich haut er einfach ab der kleine kleine Schweinehund ich höre ihn doch Pech gehabt war schlauer als du grüne Kraut wo ist die hallo ach da oh man die sieht man ja überhaupt nicht hier so so Was ist denn, Kiel? Der hat doch gar nichts getötet gerade. Alles klar. Ich hole den mal zurück, bevor der jetzt hier ganz weg ist. Oh, du bist gerade verfolgt. Ach du Kacke. Das ist voll bereit, okay. Ja, okay, lass sein. Ich hab den schon. Die Speere zu jagen ist eigentlich voll cool. Also die Speere allgemein zu werfen. So kackegal, wer das ist. Hier ist ein Lagerfeuer. Oh, da sind Mammuts. Das kann wieder interessant werden. Oh, da sind sogar andere. Oh, ich trau mich nicht. Die sind immer so aggressiv hier. Na toll, voll daneben. Ich muss den locken. Oh, da kommt der andere auch noch. Und mit einem Schlag ist meiner tot. Heftig. Heftig. Sehe ich so aus, als ob ich gerade irgendjemanden retten kann? Kannst du schwimmen? Nein, kannst du nicht, wa? Du kleiner. Oh, der ist jetzt tot. Bam. Wie geht's dir? So, wir haben jetzt zwei Mammuts gefangen. Äh, gefangen. Gejagt. Da hinten sind noch ganz, ganz andere. Den habe ich zu spät gerettet. Ähm. Ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander mit der Steuerung. Ich musste mal hier ein bisschen meine Viecher beleben. Mann, ich komme hier gerade nicht klar mit der Steuerung. Ich drücke hier irgendwas. So, das möchte ich. Das möchte ich ausrüsten. Oh, von hier hinten getroffen. Was geht mit euch ab? Das sind ganz andere Mammuts. So, den hätte ich schon mal. Ich traue mich nicht rüber. Wir sind jetzt aggressiv drauf. Oh. Shit. Ist gut, ist gut, ist gut. Fuck. Toll, jetzt haben die meinen Typen ermordet. Alter, wie aggressiv ihr seid. Jetzt haben die den gekillt, den ich gerettet habe. Dankeschön. Wo bist du denn? Komm mal her. Das tut mir leid. Der wird die ganze Zeit gekillt. Komm in der Seite. So, grünes Plättchen hier. Können wir auch noch sammeln. Ton. Nordton. Wir brauchen auch Süd und sowas alles. Zack. Warum wir noch einen Mammut? Ich meine... Ist nicht so. Natürlich. 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 Kann der den auch angreifen? Nee, wahr? Scheiße. Hätte er sein können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist hinter mir! Nein, nein, das will ich gar nicht machen. Das will ich nicht machen. Ich will wenigstens noch einen Mammut haben. Okay, den habe ich. Sehr schön. Greifst du mich jetzt an, oder? Lass es sein. Warte mal, ist das nicht mein Tier gewesen? Oder ist der jetzt schon... Tod. Okay, der ist schon da tot. Mann, du bist ein Weichei. Der ist zu klein für diese Welt. So. Na, ich geh mal lieber was. Und ich nimm meine Falle mit. So. Na gut. Ich glaube, ich mache jetzt hier aber wieder erstmal ein Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet wieder ein und bis dann. Vielen Dank.